Der Bitcoin steht wieder über 37.000 US-Dollar, die Bitcoin-Bullen sind aktuell wirklich sehr stark, vor allem wenn man das Ganze mal im Vergleich setzt mit dem S&P 500, dort haben wir wieder fallende Kurse und Bitcoin kann sich trotzdem hier sehr gut halten und kann sogar hier noch ein bisschen steigen. Warum man trotzdem hier aktuell immer noch vorsichtig sein sollte, werde ich euch gleich mal zeigen, um 22.30 Uhr könnte es wieder spannend werden, da gibt es nämlich einige interessante Earning-Calls, auch natürlich in den nächsten 24 Stunden sowieso eine sehr spannende Zeit jetzt vor uns, weil morgen Abend die US-Notenbank dann ihre Pläne verkünden wird, was sie denn jetzt als nächstes vorhaben. Zugleich sehen wir auf den On-Chain-Daten sehr interessante Verhaltensmuster bei den Wahlen, da werde ich euch einmal zeigen, was die ganz großen Wale jetzt aktuell tun, ob sie akkumulieren oder in diese Erholung reinverkaufen, das ist wirklich sehr interessant, zudem gab es aus einem Land in Asien neue regulatorische Neuigkeiten, denn dort soll Bitcoin als Zahlungsmittel klassifiziert werden. Es gibt aber auch eine kleine Fußnote, die in der Krypto-Szene noch nicht so wirklich angekommen ist, darüber werden wir auch sprechen, es wird also spannend, falls dir dieses Video hier gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da, das hilft wirklich sehr, abonnier auch gerne den Kanal, dann verpasst du hier keine weiteren Updates und jetzt viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir wie immer mit der kurzen Marktübersicht, die Marktkapitalisierung liegt heute bei 1,6 Billionen US-Dollar, die Bitcoin-Dominanz über 42%, Bitcoin jetzt über 37.000 US-Dollar, 8% im Plus in den letzten 24 Stunden, eine sehr schöne Erholung erlebt, das Ganze initiiert mit den traditionellen Märkten, da haben wir wirklich eine sehr schöne Achterbahnfahrt gesehen, also die US-Börsen, Nasdaq war zwischenzeitlich mit 5% im Minus und hat kurz vor Schluss noch diese Verluste aufgeholt. Solche Bewegungen sehen wir vor allem an den traditionellen Märkten nicht oft, aber jetzt aktuell ist das Positive, dass die traditionellen Märkte wieder heute abverkauft werden, aber Bitcoin und der gesamte Kryptomarkt, ihr seht es hier auch, die Altcoins auch, können sich ziemlich gut halten und erholen sich weiter. Wir werden natürlich gleich auch im Chart bei Bitcoin nochmal genauer hinschauen, wie da die aktuelle Situation jetzt aussieht, wie es auch vor allem um die Volatilität steht, das wird wie gesagt um 22.30 Uhr auch nochmal spannend sein, was wir da zu erwarten haben, das werden wir uns gleich nochmal näher anschauen. Kommen wir aber zunächst einmal zu den News aus Asien, um genau zu sein aus Thailand, denn dort hat die Zentralbank heute eine Ankündigung veröffentlicht und da geht es um Kryptowährungen, Kryptowährungen sollen als Zahlungsmittel klassifiziert werden und das wäre natürlich in erster Linie mal positiv, regulatorische Klarheit. Diese Headline wurde auch auf Twitter sehr schnell verbreitet, aber ohne die Fußnote, die hat Coindesk hier zumindest mal aufgenommen, denn die Thai SEC plant dann am Ende des Tages auch Kryptowährungen einzuschränken als Zahlungsmethode, also sie sagen erstmal, okay das Ganze sind Zahlungsmethoden, Zahlungsmittel, aber wir wollen das Ganze einschränken, weil wir da Risiken sehen. Wie genau das Ganze passieren soll, das steht halt noch offen, nichtsdestotrotz, falls ihr jetzt diese News irgendwo vor allem auf Twitter gelesen habt, ja es ist halt wichtig zu wissen, dass sie dann halt auch gesagt haben, dass sie halt diese Risiken sehen. Sie wollen jetzt aber nicht das Investieren per se verbieten, also dieser Zugang zu Kryptowährungen wird immer noch vorhanden sein, aber das Ganze halt einschränken als Zahlungsmittel, also wie gesagt das Erste, was sie machen, erstmal das Ganze als Zahlungsmittel zu klassifizieren, um am Ende des Tages das Ganze einzuschränken. Da werden wir abwarten müssen, wie und in welcher Form das Ganze stattfinden wird und wenn man sich die Headlines anschaut von den Newsseiten, dann ist es auch wieder mal interessant, Coindesk nimmt dann das als ersten Satz auf Twitter, die Krypto-Community nimmt dann nur diesen ersten Satz, weil das Ganze dann auch besser geklickt wird und geteilt wird, weil es halt auch positiv ist, das muss man ganz klar sagen, da wird die Fußnote einfach komplett weggelassen. Und wenn man dann auf Bloomberg geht, wo es halt dann nicht aus der Krypto-Perspektive kommt, dann ist sozusagen nur die Fußnote in der Headline, wo dann einfach am Ende des Tages nur steht, die wollen das Ganze noch weiter kontrollieren. Deswegen sage ich es auch immer wieder, solche Meldungen muss man immer aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und auch wirklich mal genauer hinterschauen, was da wirklich hinter steckt, weil am Ende des Tages wollen wir auch die ganze Wahrheit wissen und nicht nur die halbe Wahrheit und das ist wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch vor allem in der Krypto-Szene oder der Krypto-Community nur dann die positiven Sachen gesehen werden. Also es gibt auch negative Aspekte und die darf man halt nicht vergessen, was am Ende des Tages daraus wird, das werden wir abwarten müssen. Blicken wir jetzt mal auf die Wale, die verschiedenen Investorengruppen, was sie jetzt aktuell tun, das ist hier die Grafik, die ich euch zuletzt vor zwei Wochen noch gezeigt habe. Wir haben ja über einen sehr langen Zeitraum darüber gesprochen, dass vor allem die ganz großen Wale, die zwischen 1000 und 10.000 Bitcoin besitzen, nicht akkumulieren, nicht kaufen. Das war hier dieser blaue Bereich, je dunkler das wird, also ab gelb fängt dann das Akkumulieren an. Das sind halt die Unterschiede in den Holdings, in diesen Wallets und wir haben einen sehr langen Zeitraum gesehen, dass die Wale halt immer weniger gehalten haben. Das war hier dieser blaue Bereich, die Wale mit 100 bis 1000 Bitcoin sind immer mehr geworden. Das lag aber vor allem auch daran, dass hier aus dieser Gruppe wahrscheinlich dann auch in diese Gruppe dann welche reingerutscht sind. Und zuletzt habe ich euch vor zwei Wochen gesagt, dass es jetzt danach aussieht, als würden sie wieder anfangen. Und wenn wir uns jetzt den aktuellen Stand mal anschauen, werden wir sehen, dass die Wale jetzt aktuell wirklich diese Chance nutzen und weiter einkaufen. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, ganz wichtig zu beachten, dass der Kurs jetzt durch die Decke gehen muss. Solche Entwicklungen, die ziehen sich über Wochen, über Monate hin, bis es überhaupt erstmal eine Auswirkung hat. Nichtsdestotrotz sehen wir jetzt, dass diese Wallets mit 1000 bis 10.000 Bitcoin akkumulieren. In den letzten Tagen hat das Ganze angefangen. Wir sind jetzt hier wieder im gelben Bereich bei 100 bis 1000 Bitcoin. Da werden die Bestände jetzt wieder geringer, weil genau das Gegenteil jetzt passiert wahrscheinlich, weil aus dieser Gruppe jetzt wieder einige Wallets in die höhere Gruppe reinrutschen, weil sie wieder mehr akkumulieren. Wenn er jetzt zum Beispiel jetzt 950 Bitcoin hatte und jetzt nochmal über 100 Bitcoin beispielsweise akkumuliert hat, da kommt er dann wieder in diese Gruppe rein und dadurch werden diese Bestände wieder höher. Also ziemlich interessant, dass jetzt diese niedrig werdenden Kurse dafür genutzt werden, von den Wahlen da wieder zu akkumulieren. Mal gucken, wie lange sich das noch weiter halten wird, aber das ist auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen, weil genau das hat in den letzten Monaten einfach gefehlt bei den großen Wahlen, dass sie mit an Bord waren. Sie haben ihre Bestände immer weiter verringert und jetzt sehen wir aktuell einen Trendwechsel. Es gibt aktuell auch einige Spekulationen darüber, ob Michael Saylor bzw. MicroStrategy wieder am Einkaufen sind. Das sehen wir am Coinbase Premium. Da hatten wir wieder einen stärkeren Aufpreis, vor allem in einem Zeitraum, was wir bei den letzten Einkäufen von MicroStrategy gesehen haben. Also dieser Premium sagt aus, dass bei Coinbase dann die Investoren mehr bereit sind zu zahlen als auf den anderen Spotbörsen. Und in erster Linie liegt das halt daran, dass institutionelle oder Großinvestoren dort einkaufen, vor allem aus den Staaten, weil dort die Investoren auf Coinbase unterwegs sind. Und wir sehen jetzt eine Parallele zu den letzten Einkäufen von MicroStrategy. Mal gucken, ob in den nächsten Tagen da eine Ankündigung kommt. Auch wenn es nicht kommt, ist es trotzdem ein Anzeichen dafür, dass Institutionelle dort eingekauft haben oder zumindest Großinvestoren und damit halt dieses Premium, dieser Aufpreis dort gestiegen ist, weil die Nachfrage wirklich so hoch war zu diesem Zeitpunkt bei Coinbase. Zudem sehen wir auch noch den drittgrößten Wal, den wir auch immer wieder als Symbolbild dafür nehmen, was Wahlen machen, auch wenn das natürlich nicht so einfach 1 zu 1 zu übertragen ist, weil das im Endeffekt eine Wallet ist. Nichtsdestotrotz hat die Person jetzt hier weiter akkumuliert, nochmal zum Beispiel 328 Bitcoin am 21. und am 24. nochmal 160 Bitcoin und hat damit in der Wallet mehr Bestände an Bitcoin als Michael Saylor bzw. MicroStrategy. Ich will immer die ganze Zeit Michael Strategy sagen, können wir auch vielleicht dabei überlassen, dann wisst ihr auch direkt, was gemeint ist. Also auch dort wird weiter akkumuliert und der drittgrößte Wal hat er in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass er gutes Timing hat. Mal gucken, ob es jetzt wieder so weit ist. Er hat zum Beispiel jetzt wieder sehr lange gewartet und hat jetzt hier bei 36.000 US-Dollar wieder zugeschlagen. Aber was machen die Leute, die gerade auf den Future-Märkten unterwegs sind und vor allem die Kleinanleger, die sind ja vor allem auf Bybit unterwegs und dort haben wir eine Long-Short-Ratio gesehen, gestern schon, die noch nie so niedrig war. Das heißt, die Short-Positionen werden immer weiter geöffnet, vor allem die Retail-Anleger dort auf Bybit sehr stark am Shorten. Kann sein, dass die Wale wieder richtig liegen und die Retail-Anleger nicht, vor allem auf den Future-Märkten. Und wir haben dann heute noch zusätzlich gesehen, dass mehr Accounts auf Bybit Short-Positionen offen hatten als Accounts mit Long-Positionen und das gab es noch nie. Also da sieht man auch nochmal, wie getrieben von Emotionalität vielleicht auch gerade der Markt weiter ist. Und das ist auch ein ziemlich interessanter Fakt jetzt aktuell, dass dort sehr stark geschortet wird. Mal gucken, vielleicht werden die auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht liegen aber auch die Wale falsch. Das werden wir in den nächsten Tagen erst sehen. Ich habe es euch angekündigt, die Volatilität ist wirklich jetzt richtig da, vor allem auch an den traditionellen Börsen. Hier seht ihr mal den Wix, der die Volatilität beim S&P 500 darstellt, komplett durch die Decke gegangen. Und wenn wir uns zum Beispiel den Drawdown beim S&P 500 anschauen, werden wir sehen, dass jetzt noch nicht wirklich was Krasses passiert, vor allem auch von der Zeitspanne nicht. Die roten Punkte sind die Drawdowns seit 2020. Und da werden wir sehen, dass wir schon einige längere Drawdowns hatten. Nicht so einen starken, stärkeren hatten wir schon mal hier mit fast 40% im Minus. Das war der Crash im März 2020. Also auch da ist vielleicht noch nicht das Ende der Fadenstange erreicht, auch weil vor allem natürlich ja morgen alle gespannt darauf blicken, was die US-Notenbank verkünden wird. Nochmals als Zusammenfassung, ich erwarte da keine große Überraschung. Und deswegen ist das Up-Zeit-Potential weiter für mich da, für morgen Abend, vor allem wenn die Pressekonferenz stattfindet, wenn die Zahlen dann auch veröffentlicht werden. Heute Abend könnte es nochmal zusätzlich zu einer Volatilität kommen, weil wir das jetzt auch die letzten Tage immer wieder gesehen haben, dass zum Ende des Handelsschlusses um 22.30 Uhr ist das in den Staaten, dann kommt nochmal Volatilität hinzu. Und wir sehen auch nochmal einige Earning Calls heute. Und sehr wichtig dabei wird natürlich auch unter anderem Microsoft dabei sein. Mal gucken, was die für Zahlen liefern werden, was für Prognosen sie liefern werden. Da kann es nochmal vor allem dann nach Handelsschluss auf den Future-Märkten, an den traditionellen Börsen nochmal zur Volatilität kommen und dadurch auch dann den Einfluss auf Bitcoin haben. Also generell das Volatilitäts-Trading habe ich euch ja jetzt schon oft genug gesagt. Habe ich zum Beispiel auch am Sonntag das Video zugemacht. Um genau 0 Uhr kam die Volatilität rein. Ich habe auch gesehen, einige von euch haben es auch getradet, haben hier die Profite gepostet. Hier noch ein anderer Zuschauer, der heute auch nochmal getradet hat. Also die Volatilität zu traden, das kann sich auf jeden Fall aktuell lohnen. Falls du dich auch dafür interessiert, weil die Frage kam jetzt auch wieder in den letzten Stunden immer wieder rein. Ich mache das auf FTX. Mit dem Link könnt ihr euch da registrieren. Damit unterstützt ihr auch mich. Erhaltet aber auch einen Rabatt für die Gebühren. Bis zu 50.000 US-Dollar könnt ihr da komplett gebühren, frei traden und bekommt auch noch einen Lifetime-Rabatt. Und hier unten ist auch noch das Video dazu, wie das Ganze funktioniert, was man da überhaupt wissen muss. Und ganz wichtig Leute, wartet nicht immer bis zum Ende des Tages ab, weil der Kurs dann auch nochmal runterkommen kann zu dem Anfangspreis. Da haben wir trotzdem hohe Volatilität. Trotzdem geht der Kontraktpreis runter. Nehmt immer wieder auch Gewinne mit. Dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Es gibt immer wieder diese Ausschläge, egal nach unten oder oben, weil es aktuell wirklich hin und her geht. Und deswegen kann sich das aktuell wirklich lohnen, aber wirklich auch ein bisschen mit Bedacht vorgehen. Schaut euch das Video in Ruhe an, damit ihr auch wirklich alles da um dieses Thema versteht mit dem Volatilitäts-Trading. Kommen wir jetzt aber zum Bitcoin-Chart. Schauen wir uns nochmal die Korrelation einmal an mit dem S&P 500. Interessanterweise gestern um 22.30 Uhr genau diese Entwicklung gesehen, dass nach Handelsschluss dann das Ganze wieder in die andere Richtung ging und Bitcoin bis 11 Uhr heute Mittag in die gleiche Richtung marschiert ist. Also alles parallel hier verlaufen, bis dann die Bitcoin-Bullen irgendwann gesagt haben, okay, das reicht uns jetzt erstmal. Und die Bitcoin-Bullen waren jetzt aktuell wirklich stark, weil der S&P 500 hier weiter abverkauft wird. Aktuell haben wir aber noch nicht das hoch rausgenommen, was wir gestern Abend gebildet haben. Und das bringt uns am Ende des Tages auch nichts, wenn vor allem dann eine Impulsbewegung, vielleicht heute um 22.30 Uhr oder spätestens am Morgen um 8.30 Uhr, wenn die Verkündung der US-Notenbank kommt, dann wird es wahrscheinlich dann wieder diese Korrelation geben. Aber bis dahin hält sich auf jeden Fall jetzt Bitcoin ziemlich gut. Und wenn wir jetzt nur Bitcoin uns anschauen, werden wir auch sehen, dass diese Unterstützungslinie, die wir ja vorher drin hatten, jetzt zum Widerstand hier geworden ist, in diesem Bereich zwischen 37.300 und diesem Hoch von 37.500 US-Dollar. Dieses Hoch haben wir jetzt noch nicht erreicht. Nichtsdestotrotz eine wirklich, ja charttechnisch gesehen, sehr gute Bewegung, eine V-Erholung schon gemacht und dann hier nochmal das Hoch jetzt hier angegriffen. Nichtsdestotrotz, das hat alles keinen Wert, wenn diese Impulsbewegungen an den traditionellen Märkten kommen. Das werden wir abwarten müssen, wie es jetzt aussieht, heute Abend und dann morgen Abend. Morgen Abend um 19 Uhr gibt es ja auch einen Livestream zum Thema Krypto-Steuern. Schaut da gerne vorbei. Ich weiß noch nicht, es kann sein, dass ich dann auch auf Twitch für diese Verkündung der US-Notenbank, was sie dann halt da sagen werden, auch auf Twitch danach live gehe. Hier findet ihr den Link dazu oder ich mache dann noch ein spontanes Video, aber spätestens Donnerstag halte ich euch dann wieder auch auf dem Laufenden. Dann werden wir sehen, in welche Richtung es als nächstes geht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das Upside-Potential immer noch größer ist, dass da keine große Überraschung kommen wird und dann werden wir sehen, in welche Richtung es geht. Das war eigentlich auch schon das Update für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass gerne hier einen Daumen nach oben da, schreib einen Kommentar und abonniere auch gerne den Kanal, dann verpasst du hier keine weiteren Updates. Vielen Dank für den Riesensupport, Leute, das hilft wirklich sehr und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao.